Wieder da. Ja, Bibi. Ich bin auch vielleicht nur die Treppe hochgerannt. Ach. Gut. Muss ich jetzt irgendwas machen? Äh, nee. So, ich mach mal das hier. So. Schaut mal jetzt hier auf Spießstaden. Morpha, danke schön für 300 Beats. Danke, danke, danke. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Buddy! Dankeschön. Oh, ich hab die Alerts gerade noch aus. So, Charakterauswahl. Du darfst ja einen der beiden Charaktere aussuchen. Gibt es da irgendwelche Vor- oder Nachteile? Ja, pass auf. Du kannst mal nach links und rechts gehen und dir das durchlesen. Ja. Wie war das? Wie war das? Du hast halt eine andere Story ein bisschen. Bewaffnetorab, Bewafferfall, Körperverletzung, Schwerer Diebstahl, 8 Jahre Haft. Selbstbewusst, aufbrausend und sarkastisch. Rational, diszipliniert, zurückhaltend. Ui. Das ist beides nicht gut. Äh. Äh. Ich glaub, ich würd den Linken nehmen, einfach nur aus dem Grund, dass der... Gut, dann nehmen wir auf die Nase. Ich, genau. Es geht mir einfach nur um die Nase. Und Piro, auch dir nochmal. Dankeschön für 400 Bits. Dankeschön. Buddy, ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Also, ich kenn die Geschichte so ganz grob. Außer das Ende. Also, nur den Anfang so ein bisschen. Ich weiß halt, worum es geht. Zwei Typen, die aus dem Knast ausbrechen. Mehr weiß ich nicht. Das ist okay. Wenn's wirklich nur das ist, dann passt das. Ah, es sieht schon schön aus. Wir haben einen Auftrag. Konzentrier dich. Ich konzentrier mich. Ich guck dem Bus ganz konzentriert zu, wie er uns in das Fängnis fährt. Äh, Jonas. Ja, ist es. Ist es. Auf jeden Fall. Wer ist im Bett? Äh, ja, aber sie hat mich ja meistens auf dem Handy. Genau, Morpha. Es ist eigentlich die Geschichte von King. Morpha hat mich gespoilert. Wir spielen hier die Geschichte von King, ne? Ja. So, welches, welches Story möchtest du haben? Möchtest du, äh, möchtest du den, äh, Story, Tom, oder möchtest du den Spaßigen? Das darfst du entscheiden. Also, ich muss hier erst mal, ich bin auf der linken Seite, okay. Wo ist denn das Frischfleisch? Ich wundere mich gerade, ich wundere mich gerade, dass ich laufe, als hätte ich so einen richtig fetten Stock im Arsch. Ah, ich sehe mich auf deiner Seite. Kann ich auch welche Emotes machen, Finger nach oben zeigen, oder so? Hey, was ist dahinter, kam Frischfleisch. Oh, Ackermetsch bei mir! Die sind nur so angespannt, weil sie die Seife aufgehoben haben, schon klar. Ackermetsch interessiert mich aber wohl auch sicherlich nicht. Ich will die neuen sehen. Ich mach das wie immer. Eine Kleinigkeit machen wir noch. Ja. Wenn du eine Redeszene hast, dann warte ich immer ab. Okay. Und dann sich bei mir eine abdeutet, damit sie es nicht überlappen. Okay. Oh, leise, Chantal. Willst du wirklich jener als Bitch haben? Ganz kurz, gibt es hier irgendwie... Ja, gibt es Optionen? Also, ich glaube, ich muss das Audio einen Tick leiser machen. Okay, das war zu leise. So. Günter. Einer auch? Ja, es ist so, Frischfleisch kommt an. Also, weiter gehen oder weiter kannst du schon, ne? Achso, also nur, wenn ich irgendwie so ein Gespräch hätte oder so. Ja, ja. Okay. Jetzt soll ich hier irgendwas unterschreiben. X, X, X. Okay. Der ist aber nicht so nett. Weißt du, jetzt sind wir hier schon im Gefängnis. Die sollen uns mal ein bisschen beschäftigen hier. Ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit hier die Kacheln und so anzugucken. Oh, was? Ja. Na, siehste? Bleh. Die hat eine Nase. Ja, und hohe, da lang. Es verwirrt mich irgendwie. Wie? Ich soll mich hier jetzt nackig machen? Genau, Hummy. Tom spielt die Nase. Ja. 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 Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt hier, dann, warte ich. Genau, dankeschön, Hummy. Schön ab 18, erst mal. Ach, scheiß was drauf. Wie tut er auch mit, schläfst? Toll. Genau, toll. Also, mein Mann meldet mich jetzt wegen Toss. Ja. Das ist mein Kott. Ey! Ich glaube, der mag dich nicht. Pass dir meine Nase nicht an. Guck mich nicht an, ich bin nackt. Guck woanders hin. Das ist mir unangenehm. Was? Aua? Äh, ja, Hami, hatten wir bei ihr Text. Go, 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 go! Ich fühle mich beobachtet. Eigentlich müsste jetzt vorne einer mit einer Glocke lang gehen. Shame. Shame. Das fehlt mir gerade so ein bisschen. Boah, ich hab sogar mein eigenes Klo. Dankeschön, Hami. Ja, es ist geil, dass die Spülung bei mir nicht geht. Ich weiß nicht, wie Toms Kenntnisse über meine Sneaky-Fähigkeit sind.